Die Landtagswahl in Brandenburg 2014 bestimmte die Zusammensetzung des Landtags Brandenburg in der 6. Wahlperiode auf Grundlage der Ergebnisse aus den 44 Wahlkreisen. Sie fand am 14. September 2014 statt. Die Wahlbeteiligung war mit 47,9% die niedrigste bei einer Landtagswahl in Brandenburg seit der Wiedervereinigung und die zweitniedrigste bei Landtagswahlen in Deutschland überhaupt. Wahlergebnis Dietmar Woidke wurde am 5. November 2014 mit 47 Ja-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. SPD und Linke hatten im Parlament insgesamt 47 Sitze, die Opposition kam auf 41 Abgeordnete. Abgestimmt hatten 87 Abgeordnete. Zur absoluten Mehrheit waren 45 Ja-Stimmen erforderlich. Woidke nahm die Wahl an und wurde von Landtagspräsidentin Britta stark vereidigt. Wahlrecht Am 26. Januar 2012 beschloss der Landtag die Absenkung der Altersgrenze für das aktive Wahlrecht auf 16 Jahre. Der Landtag besteht grundsätzlich aus 88 Abgeordneten, 44 werden durch Mehrheitswahl in den Wahlkreisen, die übrigen durch Verhältniswahl nach den Landeslisten der Parteien und Vereinigungen gewählt. Überhang- und Ausgleichsmandate können diese Zahl dabei noch auf maximal 110 erhöhen. Die Einzelheiten dazu sind im brandenburgischen Landeswahlgesetz festgelegt. Die Verteilung der Sitze erfolgt nach dem Herr-Niemeyer-Verfahren. An der Sitzverteilung nehmen nur Parteien und politische Vereinigungen teil. Deren Anteil an Zweitstimmen die Sperrklausel von 5% überschreitet oder die ein Direktmandat in einem Wahlkreis errungen haben. Gemäß der Verfassung des Landes Brandenburg und dem Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg muss der Wahltermin ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag frühestens 57 und spätestens 60 Monate nach Beginn der Wahlperiode sein. Für diese Wahl kam also ein Termin im Zeitraum vom 27. Juli bis zum 19. Oktober in Frage, welcher dann auf den 14. September 2014 festgesetzt wurde. Ausgangssituation Nach der Landtagswahl in Brandenburg 2009, die parallel zur Bundestagswahl 2009 stattfand, setzte die regierende SPD die bisherige Koalition mit der CDU nicht fort, sondern entschied sich für eine Koalition mit der Linken. Ministerpräsident blieb Matthias Platzeck, sein Stellvertreter wurde der neue Finanzminister Helmut Markow. Am 28. August 2013 trat Platzeck vom Amt des Ministerpräsidenten zurück. Sein Nachfolger wurde Innenminister Dietmar Woidke. Dieser gab im Vorfeld der Wahl bekannt, dass er die Koalition mit der Partei Die Linke gern fortsetzen würde. Auch Die Linke unterstützt dieses Vorhaben. Der CDU-Parteichef und Spitzenkandidat Michael Schirack schloss in einer Äußerung gegenüber der Nachrichtenagentur DPA eine Koalition mit der AfD. Kategorisch aus 2013 trat Christoph Schulze aus der SPD und der SPD-Fraktion aus. 2014 war er Spitzenkandidat der BVB, Freie Wähler und gewann das Direktmandat im Wahlkreis Telto-Fleming III, in dem er bereits 2004 und 2009 als SPD-Bewerber gewählt worden war. Durch den Gewinn dieses Direktmandats kam die Sperrklausel nicht zur Anwendung und seine Partei zog mit drei Kandidaten und ohne Fraktionsstatus in den Landtag ein. Teilnehmende Parteien An der Wahl konnten Parteien, politische Vereinigungen und Listenvereinigungen teilnehmen, die an der vorangegangenen Landtagswahl oder an der vorangegangenen Bundestagswahl im Land Brandenburg teilgenommen hatten oder bis zum 18. Juni 2014 ihre Teilnahme angezeigt hatten. Als einzige Vereinigung hatte die Deutsche Nationalversammlung ihre Teilnahme angezeigt. Wahlvorschläge von Parteien oder politischen Vereinigungen, die am Tage der Bekanntmachung des Wahltages, dem 10. Dezember 2013, nicht aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags im Landtag oder mit einem in Brandenburg gewählten Abgeordneten im Bundestag vertreten sind, müssen 2000 Unterstützungsunterschriften für die Landesliste vorlegen. Für Kreiswahlvorschläge sind 100 Unterschriften pro Wahlkreis notwendig. Wahlvorschläge waren bis zum 28. Juli einzureichen. Die Landeslisten folgender Parteien wurden zur Wahl zugelassen. Umfragen Für die Sonntagsfrage gaben die Institute für Demoskopie vor der Wahl folgende Ergebnisse an. Auf die Frage, wen die Brandenburger direkt zum Ministerpräsidenten wählen würden, antworteten die Befragten wie folgt. Siehe auch Liste der Mitglieder des Brandenburgischen Landtages Auf die Frage, wen die Befragten wo sie vor werden, die Befragten wie folgt. делen die Befragten wie folgt. Die Befragten wie folgt. Das war die Befragten wie folgt. Befragten wie folgt. Untertitelung des ZDF, 2020